Oh meine Güte, meine hochwerten Zuschauerinnen und Zuschauer, habt ihr in letzter Zeit Total Love Warmer 3 gespielt und es ist gecrasht? Game Freeze, ohne Crash, End Turn Crash, Can't Find Battle Without Crash, Game Crash, 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 Performance Crash, 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 Crash. Meine Güte, falls ihr momentan auch betroffen seid von einem Crash, dann ist es vermutlich durch den neuen Patch entstanden, nämlich den Patch 2.1. Er hat nämlich diverse Crashes mit eingebaut, die zu Game Freezes geführt haben, so zum Beispiel, dass nichts mehr in eurer Kampagnen-Schlacht ging. Vor allem bei Belagungsschlachten ist das Spiel häufig abgestürzt, es ist nichts mehr gegangen. Randomly Quit Without Warning, vor allem wenn ihr auf den Endzug drückt, aber auch wenn ihr, vor allem in Belagungsschlachten, war dieser Crash sehr, sehr häufig. Settlement Defense Freeze, aber nun ist der Hotfix 2.1.1 von Creative Assembly rausgehauen worden. Hotfix 2.1.1, sehr schnell, nachdem die Problematik bekannt geworden ist, hat Creative Assembly ein Hotfix rausgehauen für einen kritischen Crash, der durch das Update 2.1 eingeführt worden ist. Er ist allerdings nur auf Steam und den Epic Store verfügbar. Was heißt, wenn ihr euer Total Warmer 3 auf Microsoft gekauft habt? Ich habe Pech gehabt, Leute. Geht leider nicht, ne? Geht leider nicht. Ja, aber für alle anderen ist es schon gefixt. Ich schätze mal, der Microsoft Star wird kurz darauf auch eben eingeführt werden. Der Crash, der hat hier vor allem dann die großen Siedlungsschlachten betroffen und die kleinen Siedlungsschlachten auch. Also alle Belagungsschlachten, ich schätze mal, Creative Assembly, da war wohl ein Entwickler, der sie auch nicht mochte und dachte, er macht jetzt mal einen kleinen Fix rein, damit sie niemand mehr spielt. Aber er wurde jetzt wieder rausgenommen. Hotfix 2.1, falls ihr vor allem dann, wenn ihr während Belagungsschlachten selbst gespielt habt, Abstürze erlebt habt, dann sollte das mit diesem Hotfix wieder fertig sein. Wird natürlich wieder automatisch runtergeladen. Außerdem, zur Sicherheit, falls wieder sowas passiert, gibt es nun eine Rollback-Funktion. Das heißt, ihr seid nun in der Lage, manuell zu einer früheren Update-Version zurückzugehen. Das gucken wir uns einmal an. Wenn wir nämlich hier bei Total Warmer auf Eigenschaften gehen und Properties, können wir Rollback klicken. Rollback to the previous patch. Also anscheinend hat Creative Assembly Angst, nochmal irgendwas zu machen, das das Spiel nicht mehr funktionieren lassen wird. Nun, ja, also die schlimmsten Crashes sollten damit gefixt sein, vor allem was die Belagung angeht. Oh, übrigens Mixus Factional Locker ist jetzt raus. Das werde ich auf jeden Fall auch noch raushauen. Ja, kleines Update heute. Und ich hoffe, diese Crashes werden für immer weg sein. Morgen gibt es auf jeden Fall wieder einen Stream. Beziehungsweise heute Abend wahrscheinlich auch, wenn das Video rauskommt, ist es Freitag. Wir spielen Immortal Empires natürlich. Und vielleicht wird es mal Zeit für den Seuchen-Clan. Denn die Markus-Wohlfahrt-Kampagne ist eigentlich fast schon zu leicht. Auch wenn die Quest-Schlacht so ein bisschen kaputt gewesen ist, habe ich das Gefühl. Daher, Infinite Load Crash und Battle Loading gibt es auch eine ganze Menge. Oh, tja. Also dann, das ist für euch zur Information. Falls ihr Probleme hattet mit Crash, ist es jetzt weg. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Bye. Bye.